Der nächste Stopp auf unserer Reise ist Corfu. Die schöne Hauptstadt der Insel hat einiges zu bieten. Ihr könnt die alte und die neue Festung erklimmen. Die Innenstadt erkunden, die mich sehr an Venedig erinnert hat. Und so einige schöne Stunden verbringen. Wir haben auch noch das 5-Stern Sandy Beach Resort im Süden der Insel besucht. Leider war das Wetter nicht so gut, trotzdem konnte der schöne und lange Sandstrand beeindrucken. Den nächsten Zwischenstopp auf der Kreuzfahrt werden wir in Split einlegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.